Es geschah ein paar Jahre her. Das war im Anschluss an meine Bibellektüre. Da habe ich die Augen geschlossen und darüber nachgedacht, was ich da gerade gelesen hatte. Und ich hatte im Evangelium gelesen, über die unterschiedlichen Menschen, die Jesus umgeben haben. Da waren die Jünger, die außer Corona. Da waren Frauen um Jesus herum. Da waren Menschen, die an ihn geglaubt haben und die sich um ihn gerissen haben und von ihm Heilung oder ein Wunder haben wollten. Es gab die Pharisäer, seine Gegner. Da waren die römischen Soldaten. Und ich zinnte darüber nach, wer wäre ich damals wohl gewesen. Wie hätte ich damals auf Jesus reagiert? Weil da gab es das Christentum noch gar nicht. Es gab keine organisierte Religion, keine Kirche. Es gab gar nichts. Sondern da war dieser eine Mensch, Jesus aus Nazareth, der unglaubliche Dinge getan hat. Wäre ich eines der Jünger gewesen? Wäre ich eines von denen gewesen, die an ihn geglaubt hat oder die eine Heilung von ihm haben wollten oder sowas ähnliches? Und wie ich so nachgesinnt und gebetet habe, hatte ich eine Vision. Ich war da und Jesus war vielleicht, würde ich mal sagen, an die 50, 75 Meter von mir entfernt, von einer großen Menge umgeben. Er war auf einer leichten Erhebung. Und ich habe einen Menschen gesehen mit solch einer unglaublichen majestätischen Demut. Und in allem durchaus erhaben, aber einfach wie ein Kind. Rein unschuldig, unkompliziert. Und alles in mir hat gerufen, wir müssen diesen Mann zum König machen. Und schnell war diese Vision vorbei und dann wusste ich, Gott hatte mir eine Antwort gegeben auf meine Frage. Ich wäre mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit bei denen gewesen, die Jesus gerne hätten zum König gemacht. Was ich zu diesem Zeitpunkt nicht wusste, als ich die Vision hatte, war, dass das mich und mein Leben auch heute prägt. Ich will Jesus zum König machen. Ich will, dass sein Reich hier im Leben und im Herzen eines jeden einzelnen Menschen etabliert wird. Warum, was ist sein Reich, was ist sein Königtum, seine Königsherrschaft, dass der Wille seines Vaters geschieht, wie im Himmel, so auch auf Erden. Jahre später schenkte mir der Herr eine andere Vision. Ich war in einer riesigen Halle, in einer Kirche, wo tausende und tausende von Menschen in dieser Kirche waren. Und das Besondere an dieser Kirche ist, dass jeder einzelne der dort anwesenden Menschen, die Großen, die Kleinen, die Männer, die Frauen, die aus allen möglichen Farben, wirklich in der Vollmacht, in der Kraft, in der Autorität der Jünger Jesu gehandelt hat. Und das war eine Kirche, wo die Menschen immer in die Kirche gegangen sind und danach nicht darüber erzählt haben, wie langweilig oder wie toll die Predigt vom Priester war, sondern welche unglaublichen Wunder und Zeichen und Heilungen dort stattgefunden haben. Diese Vision habe ich mir zur Lebensaufgabe gemacht. Die Vision ist zu unserer Mission geworden. Eine Vision, wo Jesus herrscht, wo Jesus in unseren Herzen herrscht, wo Jesus im Leben eines jeden Einzelnen herrscht. Und zwar nicht wie ein Herrscher von oben herab, sondern wie ein Vater, wie ein Bruder, wie ein Freund von innen heraus. Heute, am Sonntag, Jesus König, Sonntag, wo wir die Königsherrschaft Jesu feiern, möchte ich euch auf eine besondere Art und Weise einladen, euch diese Vision, diese Mission anzuschließen. Die Herrschaft Jesu im Herzen, alle Menschen durchzusetzen. Und zwar angefangen in unseren eigenen Herzen. Es ist nicht eine Herrschaft der Gewalt, sondern es ist eine Herrschaft der Liebe, des Gebens, eine Herrschaft des Dienens. Ich möchte euch dazu einladen, euch anzuschließen, um zu unserer nächsten Veranstaltung in Altötting zu kommen. Es sind noch Plätze da. Wir hoffen und beten darum, dass da viele teilnehmen werden. Nicht, weil wir was davon hätten, sondern wir persönlich, sondern weil die Kirche, weil sein Volk, sein Leib, was davon haben wird. Denn schließlich will uns Gott segnen, damit wir ein Segen sind. Ihr könnt das alles, ich denke, hier oben wird ein kleiner Link erscheinen, wo ihr klicken könnt. Und dann seid ihr schon da im Menü, wo ihr euch für unser Seminar in Altötting vom 9. bis zum 11. Dezember eintragen könnt. Wir freuen uns auf euch. Wir werden ein richtig tolles Programm haben. Das heißt, und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt, weil wir genau diese Realität leben möchten, dass er unter uns lebt. Gepriesen sei der Name des Herrn. Klickt auf den Link. Abonniert unseren YouTube-Kanal. Gebt uns einen Daumen hoch. Das Glöckchen, das übliche Programm, ihr kennt es eh. Gottes Segen. Ciao, ciao.